Was geht ab meine lieben YouTube-Freunde das immer wieder der Ed und der Phil Jo, hallo, 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 ja, kirsti dein Mund bewegt sich nicht Jo, hallo, 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 hallo ich muss immer wieder ich muss meinen Kopf bewegen mein Mund ist einfach angewachsen Großalter ich habe gerade gedacht, wenn wir beide da oben in diesen Heißballon Heißluftballon wären mit dem Heißluftballon, den ich nicht sehe gut, dann ich dann würde der nicht nach links fliegen, sondern nach unten fliegen ja, ich sehe leider keinen, das ist äh na egal gut, Hüllemann, Hüllemann wir haben uns ja in der letzten Folge ein paar Sachen gekauft und zwar den ja, den Grober den Grober, die Sähmaschine aber Schlepper haben wir uns auch keinen gekauft weiomei, da war ja was, gell da haben wir ja gesagt, wir warten bis zu dieser Folge ja, schön gehen ins Vergeschen haben wir da irgendeinen faboliten Kopf da oder was? fabolit 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 bist du mein faboliter ja, warte mal, ich guck mal wo wir traktoren ja, wir hatten ja den Frontlader ja stimmt, genau, die Deutschen hatten wir als Favorit, gell genau schlagt aber schon an die Kassa könnten wir uns nicht leisten außer wir nehmen noch ein bisschen Kredit hin aber wir brauchen den Großen, das bringt nichts aber wenn wir da noch ein bisschen Kredit haben, wir brauchen ja dann sonst nichts mehr, oder? dann können wir ja dann Kredit abarbeiten auf Null und dann ich denke mal, ja wir können ja noch immer aufnehmen, wie gesagt, das ist ja dann trotzdem wir haben es ja trotzdem, was wir zahlen müssen ja so ohne ist es ja nicht ja, würde ich sagen, wenn wir zweimal die Großen haben, man muss ja auch nicht alles damit machen ne kauft du zweimal? ja, ich kauf den zweimal ja, wir können dann auch die Kleinen verkaufen wir haben nicht genügend Geld, aber ich bin nicht im Dings angemeldet ja, wurscht, oh my das war wieder der Test der Test teste dich alter, du schaust voll bekifft rein ja, ja hast du mal hast du wieder ne Pilzen genascht, Junge genau, ich hab, ich hab Pilzen genascht, die bei uns um die Halle rumstehen boh, wo, ich muss schnell mal gucken gehen oh oh, scheiße, ich hab jetzt irgendeine Falbe gedrückt oh, alter, aber süß mit Tierverkehrt was war das für die Frau welche Falbe hab ich nicht geschaut? grün, Standard ach so, okay ich möchte bitte, äh, rot nein, Scherz ne, gelb hast du gekauft, oder? gelbe Räder hat er ii, gitt ok ach, dann sind das die Räder, die wir kaufen das ist definitiv deine dann kauf ich jetzt irgendeine Arsch, weil wir die kriegst dann du wir lernen oder so ich möchte bitte pink ich bin die pink lady oh, jetzt kommt der schwarz nein, hab ich gar nicht ich wollte pink haben wer denn Arschgeige, du ach, das ist ne echte ja, gut, die geht aber, die Räder, ja oh, aber ich wollte pink Arschgeige, du ja, der, den kann nackt an, ey nicht mal das kriege, was ich möchte er traut es mir nicht zu oh, ich würde eigentlich angestiegen der ist aber groß, ey ja groß groß und dick brauchen wir eigentlich da Dinger vorne dran, so richtige dicke, fette Dinger da, so Vorbau und so äh, Frontlader ne, Vorbau, da, Gewichte da haben wir denn so haben wir da was Mord haben wir, ich glaub nix, technisches, gell ne, nur Frontlader wo sind denn die Gewichte? wir unter Gewichte, oder? da haben wir Frontlader ich kenn mich, ich komm bei dieser Scheiß-Sortierung da ganz rechts, musst rechts weiterklicken dass der unter Marken, Karten Mods, Marken Mods ne, oben Kategorie, stand, stand mit Kategorie und dann hast der noch, daneben auch noch ein langes Platzfeld ein Pfeilchen zwischen Kategorie wählen und oben und da muss einfach nach rechts und dann hast du Gewichte hab ich Marken dann nein, nicht oben, drunter darunter, darunter, darunter ganz rechts darunter, neben den einzelnen Bilder ach, das lange genau, das lange Ding, da lange schwere ah, hier sind Gewichte, genau da können wir eigentlich gleich die fettersten kaufen, oder? wir haben großen Schlepper soll ich zwei mal holen, oder? ja, ja hol dir mal zwei 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 dicke dinge ey dazu sind wir dann auch wieder starten auf enter dann strgv was strgv was strgv was strgv ne, leertaste ne, leertaste handbremse ja strgleertaste, nicht v ach so strgleertaste ach so strgleertaste bist du, fuui, weg da, mach nicht mehr Schlepper kaputt wobei, wenn du dich kaputt machst, dann könnte ich mir einen neuen holen warum, der ist neu ja, aber nicht violett nicht pink nicht rosa du dreckig ist du dreckig ist ah, jetzt ah, jetzt weißt du, was ich jetzt eigentlich Bock hätte? was denn? wie wärs, wenn wir uns einen Sattelauflieger kaufen, und das mal mit dem Sattelauflieger nach Hause transportieren was, die, die Schlepper und alles? die Geräte weil, ich sag mal so, standardmäßig tut man ja die auch mit dem Sattelschlepper, oder krass oder fährt da der Verkäufer mit dem Schlepper vor und liefert die ab ja, keine Ahnung, hat man den Schlepper gekauft ja, eigentlich ich weiß nur, bei USA auch, wenn wir den Schlepper gekauft haben, ist der mit dem Sattelauflieger gekommen und hat den geliefert und ist nicht damit hergefahren du mal hättest du, meinst du quasi so, außer der Reihe, dass, äh dass der Sattelschlepper dann quasi hier stehen bleibt und dass der vom Verkäufer ist und nicht von uns genau, ja ja der Nachteil ist, wir müssen den Rest des Selbstzahlen, aber ja gut ja gut, das ist ja, können wir ja machen, ja klar, warum nicht dann können wir dann mehr die Sachen genau, nach Hause liefern mit denen, äh, wo ich nicht das Geld hier hey, hallo die Bank ist abgehauen ja, wollen wir das switchen so das wär doch was, oder? ein Schlepper noch an? ja, ich hab vergessen, abschalten ich bin da immer so an meine ist auch noch an ein bisschen Spritz verbrauchen und sowas ne, meine ist aus deiner Sa wie viel brauchen wir denn dafür? äh, B Nehmen wir da Standard oder nehm... ja, da könnt ihr meine Standard nehmen und für uns dann den Mod dann haben wir ein bisschen, äh, segment dazu ausgemustert ja, 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 ja äh, jetzt bin ich schon wieder rausgegangen also LKW also LKW 285 genau, und dann brauchen wir noch, wo ist der Auflieger, wo ist der drinnen? 14 ganz rechts unten ah, die Versus Tieflader das heißt, wir brauchen noch knappe 300 den hab ich gekauft, den Tieflader bin ich jetzt doof, komm ich da jetzt rein, ja das heißt, wir brauchen noch 200, oder? äh, 200 80 warte jetzt haben wir 260, 305 tschuldur tschuldur also, weil ihr euch nicht wundert, wir können hier bis zu 10 Millionen aufnehmen wir haben aber dementsprechend hoher Kredittrat aber ich hab so EO getestet. wenn du 5 Millionen hast, schaffst du das noch du kannst ja nichts mehr leisten, aber du schaffst es wie schon gesagt, äh wir wollen das ja so angehen angehen deswegen jetzt auch die Schlepper und das alles und der der Hänger der der LKW der bleibt ja nicht bei uns also der ist ja Händler genau den würde ich als Händler hast du den Ding schon gekauft jetzt? den LKW kauf ich jetzt dann tun wir die Geräte so drauf und transportieren dann mal nach Hause ja ok wobei wir kriegen ein Gerät drauf du darfst aufladen ja wie soll ich denn den blöden ja warte ich fahre bis dann auf die Seite rüber ich bekauf dein schwarzen LKW da muss rot sein M1 Quatsch halt da bin ich mit dir verkehrt wo der Orang statt da zu passt Quatsch der ist nur ein Händler hier der muss nicht passen Uaaaa stop wie geht denn das jetzt auf da hinten X war wohl nix außer X der war schlecht X das war wohl nix müssen wir mal gucken dass das hier ja du hast das Gerät drauf oder? ja Alter wie soll ich denn das machen? rauf fahren du musst ja rückwärts da rauf fahren ja mei oder vorderisch oder vorderisch ne vorderisch ja doch wenn du vorderisch rauf fährst müsstest du mit dem Schlepper oben reinkommen wenn du von der Breite aus geht und das Gerät hinten stehen weiss nicht testen mal ob das geht geht noch geht noch geht noch geht noch aber halt hätte ja so ne lange Achse und so ich weiss nicht ob sich das ausgeht einfach nur mal testen wenn wir schon sägen sonst machen wir Schwertransporter draus geht 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 oh der ist schwer der arme Hänger im Balm nein im Balm breit das geht schon sei jetzt eine Memme konzentrikt auf meiner nicht Na hier oben werde ich nicht reinpassen Gas 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 das geht das geht das geht ja noch ein stückchen noch ein stückchen noch ein stückchen noch ein stückchen und die anschieben oder was los da geht kein Stückchen mehr ja weil du hinten hängst warte mal bleib mal so drauf wie du warst warte mal so versuchen was wir hier X drücke dann schiebe ich dich ja eigentlich rauf so jetzt müsst ihr gehen siehste geht doch sag ich das nicht geht ja kannst du mich jetzt auch befestigen hehehe das wird automatisch ok also kann ich jetzt hier dünn sitzen bleiben normal schon ja ok die andere fuhrfass dann du jetzt brauche ich nur ein Navi Navi? ja warte ich mach Navi ach du machst Navi links oder rechts jetzt muss ich selbst mal gucken wie immer hier wir müssen Salzburger Mühlwerk wo müssen wir denn nur ja ich muss mal links oder rechts komme ich nicht drüber wo müssen wir denn hin? wo müssen wir denn hin? jetzt im Hof wo waren denn nochmal? uah ja der war da wo das Hühnchen ist unter der Station oder? wo der Hofer steht wo der Hofer steht links neben 20er ja 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 links ja genau dann müssen wir jetzt quasi nach rechts ja ne rechts äh Feldweg oder auf einer Straße rechts Rechts Brinker gibt es ja da keine Du musst sagen falls der runter fliegt So jetzt nach Rechts Ne links Ach das ist ein Navi Du sag doch nie so ein Navi das klappt nicht Das ist gar nicht so einfach wenn man von oben auf die Map drauf guckt Ja du musst immer auf Pfeil schauen wo der Pfeil hin geht So dann bring ich mal hier in der Zeit was schönes Eigentlich hätte ich ja für die Folge ein gutes Thema gehabt aber ich glaube das werden wir in der nächsten Folge machen Dann Weil In die letzten Minuten wobei man könnte es ja mal anschneiden und wir diskutieren das in der nächsten Folge dann genauer aus Ja Und zwar das Thema Youtube Es ist ja so dass ich habe ja einen Kanal mit AdQuestor 27 Das Problem ist aber unser guter Phil da hinten Der hat nur einen Channel bekommen Der kriegt keinen Kanal Genau ja ich krieg ja doch das sind diese neuen Bestimmungen Man kriegt schon einen Kanal Ja aber jetzt hast du keinen Ja jetzt habe ich Ich habe zwar einen aber der gehört quasi laut Youtube nur nicht mir Ja du hast einen Channel momentan Keinen Kanal Genau ich habe einen Channel ja Das ist irgendwie arg Ich weiß nicht ob die Leute das schon wissen aber Schreibt doch mal in die Kommentare Ich möchte das jetzt einfach nur so in den Raum stellen und dann lieber in der nächsten Folge darüber diskutieren und eure Meinungen dann auch noch einfließen Also schreibt meine Kommentare was ihr davon hält Genau Genau damit man dann das ist eine gute Idee da wissen die Leute wenigstens schon mal worum es geht Genau Einfach mal Ist euch das schon aufgefallen Habt ihr das auch schon habt ihr das auch bemerkt Oder habt ihr sogar bemerkt was man überhaupt braucht um jetzt einen Kanal zu bekommen Das würde mich auch mal interessieren Schreibt einfach mal unten rein Und dann können wir da mal ein bisschen Und das Traurige ist ja ein Channel Danke Ja 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 Prozent ob der Faktor vor Ort steht aber sie haben auf der Straße die Schilden drauf auch gleich künftig der KDX ist dafür mit man sich anschauen das Ölfleck was da das war der Kurve das nötig Ja, den hast du gern verloren wahrscheinlich. Oh man ey. Alter Schwede, ich wollt schön kaputt die Runde fahren und was ist? Öl auf der Straße. Jo. Vor allem schön kaputt. Ja, 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 wie wirst du jetzt da? Hättest du nicht über die Brücke drüber gekonnt da. Jetzt rechts. Wir sind gerade über die Brücke gefahren, aber egal. Ach so, dann müssen wir jetzt wieder wenden. Oh, 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 oh. Gehen wir zum Hofer, Parkplatz. Ne, der ist zu klein. Ja doch, wenn du vorne aufhörst, können sie sich leicht rausgehen oder? Jetzt sind wir ja wieder bei Dings. Warten fahren wir so. Ja, so drauf fahren und dann... Dann beim Bordstein drüber. Das jürgt auch unser LKW nicht. Und wir haben uns halt auch überlegt, wir werden, wir werden jetzt, klar, wenn wir jetzt so ein riesen Feld haben oder so, was wir offline, dann einfach noch ein bisschen fertig grobbern oder so. Das wird aber dann auch das Einzige sein. Oh. Sonst werden wir wirklich alles, egal wie ihr jetzt seht, jeden Scheiß, den wir machen. Ich habe jetzt nichts zu tun, aber okay, dann labern wir einfach zusammen. Genau. Und wir werden halt einfach, wir werden halt einfach alles, alles mit euch zusa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Ihr habt halt quasi an unserem Spiel teil. Nicht nur an irgendwelchen gemachten Blabla-Folgen, sondern ihr macht halt einfach mit uns mit. Ja. Und bevor der Ed jetzt hier noch irgendeinen Mist macht, sag ich ihm jetzt mal lieber, dass er links muss, weil ich fall nämlich gleich hier hinten runter. Ja. Ja super. Aber links ist eigentlich immer scheiße, gell? Links fahren, wenn du nach rechts bewegst dich. Oh, nee, das wackelt wie ein Kuhschwanze hinten, das Ding. Ja, schau mal, wir fahren die ganze Zeit auf zwei Rädern. Ne, ja, eigentlich acht Räder aber. Oh, hier hinten, das ist, hier hinten sind die Federn gebrochen gleich. Da ist mehr kaputt, aber fehl. Halt, wo ist denn hin? Du musst nach rechts. Du musst ja sagen, wohin, ich schaue ja nicht auf die Karte. Ja, dann bleibt doch hier stehen, bleibt doch hier stehen. Nein. Er fahr da rein. Er fahr da rein. Da komm mal schon rein, nur keine zwei, das geht sich aus, das geht noch, geht noch, geht noch. Ja, ja, das geht sich natürlich aus. Halt, wenn du in der LKW umpflegst, ich ratz dir. Da, Gritzi, die Oma ist schon da, die hat gekocht. Oh, die Oma ist auch als Essenfahrer. Können ja so mal machen, so. Oh, scheiße. Du bist zu fett. Ja, was machst du da? Ich wollte dich wieder draufschieben, damit du wieder schön runterfangen kannst. So, dann stellen wir hier rein. Neben die, was auch immer das ist. Ochsen, Tiegen, Kakerlaken. So, jetzt fahren wir runter. Ja, jetzt muss ich zusehen, dass ich hier irgendwie... Äh... Halt, 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 halt. Hat der keine Differenzialspere? Doch, du musst, ähm... Shift 456. Dann hast du Eirat und Differenzialspere. Dann hast du Eirat und Differenzialspere. Dann hast du Eirat und Differenzialspere. Alles drum und dran. Ja, ich wollte nur erstmal hier... Ja, mei. Vollgas. Einfach Vollgas nach hinten. Das klappt, das klappt. Ja, oder auch nicht. Oder... Oder... O-o-o-o... Fahr du noch zurück. Also, wenn... Ne... Wenn so ein Schlepper... ...abgeladen wird, den ich neu kaufen würde... O-o-o-o-o-o-o... Die will ich gleich wieder zurückschicken... Oh... Nein, ist nicht dieser Kratz, gar nichts, wunderbar. Wunderbar vom Zeiten... BIPPFINE. 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 BIPPFINE! Oma! Oma!!! Guckst du! Oma, die neue Satz... Er... Saisa das Elmarin ist da du kannst wieder deinen Garten anpflanzen Oma ach ne hier können wir nicht wo können wir denn parken ja da hinten in der Eindersicht so Oma die Oma kann jetzt den Garten wieder machen du kannst wieder bisschen Saladet anpflanzen Saladet Saladetee das ist alles ein bisschen rückartig hier Ich muss mich ein bisschen kosmentrieren hier. Kosmentrieren? Damit ich hier eingeparkt kriege. Geht noch, geht noch, geht noch. Au, mein Fuß, geht noch. So, geht noch, geht noch. So ein Meter geht noch. Komm, ein Meter, ein Meter. Stopp, 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 dass wir nicht vorbeigehen können. Ja, passt. Passt, gut. Abhängen, so. Ja, passt. Abgehen, kurz wegfahren. Ja, passt, passt. Gut, ja, super. Pack den Schläper ein und dann fahren wir. Pack die Badehose ein, nimm die kleine Schwesterlein. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Amma, jetzt gehen wir zu Amma essen. Machen wir Pause, alle. So, die nächste Runde machen wir weiter. Wird hier eingeparkt. Alter, da ist noch ein Ball. Ein runder Ball ist da. Sie haben Goldmünzen gefunden. Hey, ich habe Geld verloren. Pass mal, wo? Kann sein, ich habe Gold gefunden. Hey, sie haben Goldmünze gefunden. Ich auch. Sie hat eins gewesen. Ja, das war mein Lohn. Hier. Was hast du hier? Hier, neben dir. Du bist verschwunden. Hey, ich stehe doch neben dir. Bist nicht mehr sichtbar bei mir. Echt? Ja. Ja. Vielleicht nur mal einsteigen, ja. Ja, ich steige raus. Und weggeser. Wie machst du das, Will? Sag's mir. Du dreckiges. Jetzt siehst du mich aber, oder? Ja, wenn du drin sitzt. Kommt, bevor du raussteigst, bist weg. Zack, weg. Jetzt will ich mal einsteigen. Lass mich mal kurz einsteigen. Zack. Bei mir steht dein Name die ganze Zeit. Ich will dich nicht. Okay. In diesem Sinne würde ich auch sagen, Leute, war's das mit der Folge in der nächsten Folge. Reden wir über das Thema YouTube. Schreibt's unten in die Kommentare. Und in der nächsten Folge holen wir auch endlich mal die anderen Sachen. Da holen wir mal meins runter. Mein runter. Holen wir mal für mich eins runter. Genau. In diesem Sinne macht's gut und haut rein, Leute. Tschüss. Haut rein. Ciao.